Hallo, schönen guten Abend. Ich begrüße Sie auch zum vierten netzpolitischen Abend. Mein Name ist Alexander Parasitz. Ich mache ein Legal Lead für Creative Commons. Ich bin entsprechend Jurist. Ich war früher bei dem Freien Radios aktiv und habe mit dieser Geschichte hier angestoßen. Freut mich, dass heute wieder so viele hier sind. Und ich darf kurz zum Ablauf der Veranstaltung sagen, als erstes, das Ganze hier wird gestreamt. Das heißt, alles was auf Mikro ist, wird aufgenommen und auch ausgestrahlt, einerseits über den Stream, andererseits wird auch eine Sendung produziert und auf Radiofro und weiteren Freien Radios in Österreich dann ausgestrahlt. Hier auch Dank an die Streaming-Abteilung und Dank an das Metalab, dass wir hier die Veranstaltung abhalten dürfen. Applaus. Es gibt wie jeden netzpolitischen Abend drei Talks. Die sollen in 15 Minuten circa dauern und danach gibt es eine Fragerunde, wo gleich direkt an die vortragenden Fragen gerichtet werden können. Diese werden dann nachher noch länger hierbleiben und man kann dann auch direkt mit denen anschließend beim Club Mathe oder was immer man auch trinken möchte, sich noch vertiefend zu den Themen unterhalten. Nach den Talks gibt es noch ein Open Mic. Da kann man kurz in zwei, drei Minuten eine aktuelle Sache hier announcen. Wie ich sehe, gibt es anscheinend schon vier Themen. Ein fünfter Slot wäre noch offen und danach ist eben ein gemütlicherer Teil- und Networking-Teil. Das wäre so der Ablauf. Als erstes... Vielen Dank.